ein herzliches willkommen zur beratung des skoda kodia facelift was das geld angeht und da zur vereinfachten form die sportline beziehungsweise den es haben jetzt mal rausgelassen das wird schon so relativ kompliziert und wir fangen auch mal direkt an und legen mal quasi so fest active ist eigentlich primär dafür da damit der einstiegspreis ein bisschen weiter nach unten kommt denn diese ausstattungsvariante hat nicht so viel zu bieten hat aber auch eben nicht die möglichkeit noch ein paar optionen reinzupacken dementsprechend ist das schon ein relativ einfaches fahrzeug von den ausstattungen her und l und k auf der anderen seite ist quasi alles mit drin durchaus vielleicht auch dinge die man nicht unbedingt möchte also im prinzip mein kurzform active ist der einstieg ohne große möglichkeiten mehr einzubauen l und k ist quasi alles schon mit drin das heißt auch daran die man vielleicht nicht unbedingt möchte plus jede menge an chrom also es geht los mit 29.990 euro in der active variante aber wie gesagt da hat man nicht alle möglichkeiten von den motoren alle möglichkeiten für die motoren hat man dann erst mit der insgesamt dritten ausführung namens style mit der auch hier unser testwagen ausgerüstet ist darunter gibt es noch die ambition die durchaus für den einzelfall auch zu empfehlen ist denn man zahlt generell mal nicht so viel man hat aber ein paar möglichkeiten noch ein paar extras reinzupacken und wie gesagt l und k eigentlich quasi alles mit drin auch da kann man noch ein paar optionen mit reinpacken aber es ist eigentlich quasi schon an einer hand abzielbar und wir starten mit dem paketen business amundsen beziehungsweise business columbus beide gibt es nicht für active und es gibt auch keinen echten preisvorteil da man diese pakete eigentlich wählen muss um später auch optionen reinzuwählen und es nicht wirklich als einzeloptionen verfügbar sind abgesehen vom active da sind einzige sachen dann auch als einzeloptionen verfügbar inhalte sind dabei teilweise schon bestandteil von style das heißt man hat über diese pakete dann auch quasi die ambition in die style richtung oder man zahlt verhältnismäßig sachen die man in der style eigentlich schon hat wie gesagt auch der preis variiert da so ein bisschen unter anderem mit drin 8 zoll radio navigation virtual cockpit smartlink wireless plus die 230 volt steckdose im fond und akustikverglasung vorne in der columbus kommt dann eigentlich nur noch das große 9,2 zoll touchscreen beziehungsweise die elektrische heckklappe hinzu und da auch schon der erste hinweis wenn man diese zwei sachen nicht möchte dann kann man das paket auch gut weglassen beziehungsweise sagen dieses komplette touch ist nicht meins denn das 8 zoll system hat noch ein paar haptische knöpfe und die elektrische heckklappe das hatten wir ja letztens schon geklärt ist ein schönes extra aber wenn mal was passieren sollte auch teuer zu reparieren und klar der aufpreis von business amundsen zu business columbus ist mit knapp über 1000 euro relativ heftig dann für die family gibt es die pakete mit kleinen mülleimer rollos hinten und türkantenschutz ist eigentlich auch wirklich nur zu empfehlen wenn man eine familie hat ansonsten glaube ich ist die chance dass man sich die tür mal woanders anhaut relativ gering es sei denn man reißt die immer so auf dann lohnt sich das eventuell aber auch da kann dieses kleine kunststoff ding nicht so viel helfen wenn man die wirklich in andere türen rein rammt aber für ungeachtet schnell aussteigende kinder kann das durchaus was helfen plus diese rollos ja aber ansonsten wenn man keine familie hat oder keine kleinen kinder glaube ich kann man das ganz gut mal weglassen genauso das schlafpaket das im prinzip nur eine decke mitbringt und diese schlafkopfstützen das hatten wir auch letztens erklärt also wenn man kinder hat die so schlafen ohne ihren kopf irgendwie zu bewegen dann bringen diese dinger was aber wenn man kinder hat die schlafen wie ich dann bringen diese dinger nichts sein man packt die im kopfband irgendwie fest ansonsten glaube ich kann man die auch weglassen und dann was ist eigentlich schon mit den paketen und wir kommen in eine masse von einzeloptionen rein wo ich zugegebenermaßen auch nicht alle durchgehen werde sondern nur so ein paar anreisen werde das heißt das ist ja quasi neu mit dem facelift der proaktive insassenschutz das heißt der wagen wird auf einen drohenden crash von anderen fahrzeugen vorbereitet und damit sind auch die seiten airbags hinten mit dabei lohnt sich durchaus für familien andernfalls würde ich sagen kann man durchaus mal gut weglassen genauso isofix beifahrer ist eigentlich auch nur so ein thema für familien aber auch schön dass es das hier generell gibt dann matrix led ist sowieso eine option nur für ambition weil es ja in style unter anderem auch schon mit dabei ist und wenn man nicht überwiegend nachts fährt glaube ich ist es auch wenn man sowieso in der ambition ein bisschen sparen möchte ein extra was man für die knapp 1000 euro weglassen kann denn matrix led hat nur einen vorteil bei nacht oder bei regelmäßiger nachtfahrt ansonsten sind die led scheinwerfer völlig ausreichend dann weiter mit ein paar komfort extras wie beispielsweise drei zonen klima auch so ein ding lohnt es sich unbedingt da man es als einzeloptionen wählen kann beziehungsweise ab ambition als einzeloptionen wählen kann ich glaube ich würde es weglassen weil an und für sich die chance dass es wirklich echte drei zonen sind sind relativ gering aber für frostbollen beheiztes lenkrad beziehungsweise beheizte sitze beziehungsweise drahtlos beheizte windschutzscheibe kann sich durchaus lohnen hinweis bei der drahtlos beheizten windschutzscheibe wir sind ja hier in frankreich mit diesem telepass das funktioniert durch diese infrarot beschichtung nicht mehr also wer oft nach frankreich fährt und diesen telepass hat der muss dann aus dem fenster halten nur so als hinweis und die elektrische heckklappe wie gesagt gibt es auch als einzeloption und wer dann quasi noch den fuß dazu haben möchte kostet auch noch mal extra aber ich meine es ist manchmal ganz nett aber wie gesagt es kann auch mal kaputt gehen und panorama glasdach ist wenn man den dunklen dachhimmel hat vermutlich zu empfehlen einfach weil es ein bisschen den raum nach oben öffnet beim hellen dachhimmel würde ich es wahrscheinlich sogar weglassen es sei denn natürlich man steht auf dieses auf diesen look aber wir fahren überwiegend ja auch quasi so ich sag mal geschlossen und dadurch fällt es dann auch auf nicht auf dass man es hat standheizung im milden winter den wir haben glaube ich nicht wirklich zu empfehlen wie gesagt sitze hatten wir schon dritte sitzreihe anscheinend wird die sogar zu 50 prozent oder 40 bis 50 prozent mitbestellt weltweit gesehen nicht mehr in deutschland gesehen sondern weltweit gesehen ist natürlich so ein ding braucht man es wirklich braucht man es nicht allerdings muss man auch sagen der codec hat so viel raum dass es nicht wirklich auffällt wenn man sie mitbestellt hat zudem ist es ja auch quasi so eine ebene ladefläche wenn man sie mitbestellt hat das einzige was man dadurch verliert ist der variable ladeboden aber wirklich raum verliert man nicht und es sind ja auch nicht nur wirklich notsitze allerdings wenn man nicht regelmäßig den fußballclub durch die gegend fährt dann kann man sich die 1200 beziehungsweise 1400 euro glaube ich sparen dann ist schon so ein punkt diese klapptische haben wir jetzt hier nicht aber die gibt es beispielsweise mit l und k durch die ergo sitze schon nicht das heißt wer diese klapptische für die kinder möchte für den feld l und k sowieso generell raus weil die ergo komfort sitze da mit bei sind und wer diese ergo komfort sitze dann haben möchte gibt keine klapptische weil die passen dann hinten einfach nicht mehr dran zu den ergo komfort sitzen auch als option zur wögelung wenn man nicht die l und k haben möchte ich würde sie wählen wenn man sagt ich möchte den ergo komfort und die sitzbelüftung wenn man sagt ich möchte die massage dann als hinweis das einzige was da als massage passiert ist dass die lordosenschütze immer aufgepumpt wird ein bisschen abgeflacht wird aufgepumpt wird und die drückt einen dann doch relativ heftig in die nieren rein als massage würde ich das nicht unbedingt bezeichnen dementsprechend ergo komfort sitze wenn man auf die sitzbelüftung abfährt und auf die komfort sitze so gesehen ja aber nicht wegen der massage wählen 360 grad kamera ab ambition beziehungsweise da kommt schon das erste sternchen nur in anderen paketen miteinander verfügbar ja hilft bei diesem großen auto allerdings würde ich auch sagen teilweise reicht sogar die rückfahrkamera beziehungsweise parksensoren aus anhängerassistent wenn man einen anhänger wählt beziehungsweise die großen motoren wählt wo man einen anhänger drin hat kann sich das empfehlen allerdings gibt es das nicht in verbindung mit dem traveler plus das heißt man muss sich so ein bisschen wählen möchte ich eine relativ hohe autonomie beim fahren oder möchte ich diesen anhängerassistenten haben dcc ist quasi noch die alte variante des dcc aber empfiehlt sich nach wie vor weil man dann wechseln kann zwischen komfort und ein bisschen mehr härte weil das generelle kodiak fahrwerk eher richtung komfort ist also wer sagt ich möchte auch mal ein bisschen ein hauch sportlicher der kommt dann um das dcc eigentlich nicht herum und dann kann man hier auch noch die assistenten einzeln wählen das heißt nur den acc oder auch nur den todwinkelwarner beispielsweise und das ganze gibt es natürlich auch noch mal versteckt in paketen da gehen wir kurz einmal die sitze durch es gibt lederschwarz mikrofaser lederschwarz und lederschwarz perforate mit belüfteten ergo sitzen und die große auswahl hat man da ab style ab ambition beziehungsweise für ambition gibt es dann die ergo sitze beispielsweise nicht led ambiente licht 190 euro ich weiß viele vielen ist ambiente licht extrem wichtig hier ist es quasi so in den seitentüren beziehungsweise einmal so über das armaturenbrett beziehungsweise in den ablagen wenn es jetzt hart auf hart kommt würde ich glaube ich sogar weglassen die 190 euro kann man beispielsweise auch für einen halben witterreifen oder sowas investieren und dann kommt so ein kleines problem kantons sound system gibt es nur mit keyless beziehungsweise reserve notrad in verbindung mit diesem ganzen thema allerdings ist es hier natürlich mit dem facelift auch noch mal ein bisschen besser geworden dass man durchaus sagen kann auch ja die 490 euro die gönne ich mir immerhin ist es nicht an irgendwie elektrische klappe oder sonst was gekoppelt sondern nur an keyless und das reserve notrad usbc am innerspiegel ist eigentlich nur für die dashcam leute was oder für jemand der sein navi relativ hoch positionieren möchte also sein externes navi sagen wir mal so wenn man nicht das columbus oder das amundsen mitbestellt und dann sind wir eigentlich schon bei den sachen die so auf die persönlichen gründe zurückgehen das heißt lackfarbe energy blue ist gratis und dann hat man feldgrößen bis 20 zoll je nach motorisierung also auch da gibt es nicht alle möglichkeiten und dann noch zu den assistenzpaketen traveller für ambition oder style mit acc sport das ist ein verkehrslechner keine stau und notfallassistent bei dsg wohlgemerkt und das geht wieder auf das anfang zurück nur mit business amundsen oder business columbus und nicht mit 360 grad kamera das gleiche gilt auch für traveller plus wo dann zusätzlich noch der ausparkassistent die ausstiegswarnung und der paar gelenk assistenten mit dabei sind also im grunde die sensorik der totwinkel warner die diese ganzen assistenten miteinander verbinden und natürlich jetzt mal so eine persönliche empfehlung mit bei active wie gesagt würde ich rauslassen ist eigentlich nur für den günstigen einstiegspreis dabei aber wenn man sagt ich möchte einen kostengünstigen kodiak dann würde ich ein bisschen mit paar extras wählen und wenn man sagt ich möchte noch ein bisschen individueller werden dann richtung style aber höher wahrscheinlich rein aus ausstattungstechnischen gründen nicht mehr gehen denn da sind einfach so sachen drin die man vielleicht auch nicht unbedingt haben möchte und mit style kann man so sagen wir einen guten mix den wir jetzt auch hier haben wobei man wie gesagt auch ein bisschen eingeschränkt ist wenn man unbedingt sagt die ergo sitze möchte ich haben mit klapptischen geht zum beispiel also man muss ein bisschen abwägen bin ich mehr der familientyp oder bin ich mehr der eigennützige typ der den fokus auf seinen eigenen komfort auf den vorderen beiden sitzen legt und das war's mit dem kurzen überblick zum kodiak facelift was die preise angeht und was die ausstattungen angeht was man da so für möglichkeit hat in diesem sinne diskutiert los seid ihr da daco oder sagt er nee ich möchte rs ich möchte sportline ich möchte chrome bei l und k oder nee du siehst das völlig falsch active reicht mir völlig aus und ich brauche das eigentlich gar nicht was da alles so mit drin ist in diesem sinne diskutiert los dafür sind die kommentare da wir mischen auch sehr gerne wieder mit und ansonsten vielen dank fürs zuschauen und gerne bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal